Hallo meine Lieben, toll, dass ihr da seid. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, auch zu dieser Folge von Lonares liest. Und es ist wieder eine KI-Märchenstunde. Aber die hier ist anders. Die hier ist fast ein Lebensratgeber. Denn wir haben die künstliche Intelligenz gefragt, wie gehen wir eigentlich richtig mit Kritik um? Los geht's! Wir haben sie ja massiv kritisiert beim letzten Mal. Jetzt könnten wir die KI natürlich fragen. So eine klassische Frage aus dem Vorstellungsgespräch. Das ist ja quasi auch noch ein Service an alle, die jetzt zuschauen. Liebe KI, bitte erkläre mir, wie geht man richtig mit Kritik um? Enter. Also es ist da. Das läuft jetzt unter der Kategorie Dinge, die ihr fürs Leben braucht. Erklärt von einer KI. Um richtig mit Kritik umzugehen, sollte man zunächst eine offene Einstellung haben und bereit sein, die Meinung anderer anzuhören. Es ist wichtig, ruhig und sachlich zu bleiben und die Kritik nicht persönlich zu nehmen. Es kann hilfreich sein, nach konstruktiver Kritik zu suchen, die man verwenden kann, um sich zu verbessern. Es ist auch wichtig, zwischen sachlicher und unsachlicher Kritik zu unterscheiden. Sachliche Kritik kann manchmal schwer zu hören sein, aber es ist wichtig, die Dinge aus verschiedenen Perspektiven zu betrachten und die Meinung anderer zu respektieren. Unsachliche Kritik sollte man hingegen ignorieren und sich nicht davon beeinflussen lassen. Es kann auch hilfreich sein, sich Feedback von mehreren Personen einzuholen, um ein umfassenderes Verständnis dafür zu erhalten, was man verbessern kann. Eine letzte, aber wichtige Anmerkung ist, dass die Art und Weise, wie man mit Kritik umgeht, auch Einfluss darauf hat, wie andere Menschen mit dir umgehen werden. Wenn man eine offene und produktive Einstellung hat, werden die Leute eher bereit sein, dir konstruktives Feedback zu geben. Das heißt, sie nimmt es uns wahrscheinlich nicht besonders übel, dass wir gerade was so die Dicht- und Schreibkunst angeht, so hart mit ihr ins Gericht gehen, oder? Sollen wir sie jetzt mal fragen, wie man unsachliche Kritik von sich abprallen lassen kann? Weil das wäre ja jetzt so eine Anschlussfrage, die würde super passen, glaube ich. Wie lässt man unsachliche Kritik an sich abprallen? Aber wenn wir jetzt mal ehrlich sind, eigentlich sind das ja nicht die Lebensweisheiten der KI, sondern es sind menschliche, die der KI gefüttert wurden. Und jetzt sagt uns die künstliche Intelligenz eigentlich einfach nur, was die Menschheit über den Umgang mit Kritik weiß bis dato. Sie remixt das sozusagen. Das ist eine sehr ausführliche Antwort. Und sie hat Unterpunkte. Das habe ich bislang auch noch nicht gesehen. Es gibt mehrere Möglichkeiten, unsachliche Kritik abprallen zu lassen. Erstens. Ignorieren. Eine Möglichkeit ist, unsachliche Kritik einfach zu ignorieren und sich nicht von ihr beeinflussen zu lassen. Oft ist unsachliche Kritik nicht wert, darauf zu reagieren. Zweitens. Perspektive einnehmen. Eine andere Möglichkeit ist, sich in die Perspektive des Kritikers zu versetzen und zu versuchen, zu verstehen, warum er oder sie so spricht oder handelt. Oft ist unsachliche Kritik das Ergebnis von Frustration oder Unzufriedenheit. Und es kann helfen, die Situation zu verstehen, anstatt sich davon angegriffen zu fühlen. Drittens. Gegenargumente vorbringen. Wenn man sich unsachliche Kritik persönlich angegriffen fühlt, kann es hilfreich sein, ruhig und sachlich Gegenargumente vorzubringen, um seine eigene Position zu verteidigen. Es ist wichtig, jedoch nicht in eine hitzige Debatte verwickelt zu werden und sich auf Fakten und Logik zu konzentrieren. Ja, in diesem dritten Punkt waren Rechtschreib- und Grammatikfehler drin. Viertens. Unterstützung suchen. Es kann auch hilfreich sein, sich an Freunde, Familie oder einen Therapeuten zu wenden, um Unterstützung zu bekommen, wenn man sich unsachlicher Kritik ausgesetzt sieht. Sie können helfen, die Situation zu verarbeiten und eine Perspektive einzunehmen, die nicht von Emotionen beeinflusst ist. Es ist wichtig zu betonen, dass es nicht immer einfach ist, unsachliche Kritik zu ignorieren oder abzublocken. Manchmal kann sie uns tief treffen und uns dazu bringen, uns schlecht zu fühlen. Aber es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass die Meinung anderer nicht immer die Realität widerspiegelt und dass man selbst das letzte Wort über sein eigenes Wohlbefinden hat. Das sind doch mal handfeste Lehrsätze. Gut, die Rechtschreibung, die Grammatik, kann man dran arbeiten. Aber da ist der erste Satz es wieder, eine Möglichkeit ist, das Ganze zu ignorieren und sich nicht davon beeinflussen zu lassen. Schwierig, ne? Ich habe ja auch gerade gefragt, wie lässt man das an sich abprallen? Ignoriere es einfach. Ja, wie ignoriere ich es denn? Lass es von dir abprallen. Yippie. Damit reden wir im Kreis. Jetzt können wir das Ganze natürlich noch rund machen, indem wir die KI fragen, Wie äußere ich respektvoll und wertschätzend Kritik? Um Kritik respektvoll und wertschätzend auszudrücken, kann man folgende Schritte beachten. 1. Sachlich bleiben Es ist wichtig, sachlich und objektiv zu bleiben und nicht persönlich zu werden. Vermeide Verallgemeinerungen und persönliche Angriffe. 2. Konstruktiv sein Konzentriere dich auf konstruktive Kritik, die dazu beiträgt, dass die Person sich verbessern kann. Gib konkrete Beispiele und Vorschläge, wie die Situation verbessert werden kann. 3. Privat sprechen Wenn möglich, sprich über die Kritik privat und nicht vor anderen Leuten. Auf diese Weise kann die Person die Kritik in Ruhe aufnehmen und sich darauf vorbereiten. 4. Den Zeitpunkt beachten Wähle einen geeigneten Zeitpunkt, um Kritik zu äußern. Vermeide es, jemanden in einer stressigen Situation oder, wenn er oder sie emotional aufgewühlt ist, zu kritisieren. 5. Wertschätzung zeigen Vergiss nicht, die Person für ihre Stärken und Leistungen zu loben und Wertschätzung zu zeigen. Auf diese Weise wird die Kritik nicht als Angriff empfunden, sondern als Teil eines Prozesses der Verbesserung und Entwicklung. 6. Zuhören Lass der Person die Möglichkeit, ihre Perspektive und Gefühle zu äußern und hör ihnen aufmerksam zu. 7. Eine Lösung suchen Arbeite gemeinsam an einer Lösung für das Problem und vereinbare nächste Schritte. Es ist wichtig zu beachten, dass Kritik immer subjektiv sein kann und dass es wichtig ist, die Perspektive des Anderen zu berücksichtigen und ihre Gefühle zu respektieren. Auf diese Weise kann man sicherstellen, dass Kritik als hilfreich und nicht als angreifend empfunden wird. Da könnte ich jetzt fast schon so einen Life-Coach-Ratgeber draus machen aus diesen Sachen. Es ist enorm. Also es ist wirklich enorm. Die hat offensichtlich einige Lebensratgeber schon gefüttert bekommen, dass sie so detaillierte Antworten dazu geben kann. Sehr, sehr spannend, sehr interessant und möglicherweise auch sehr hilfreich. Ihr könnt es gerne auch in die Kommentare schreiben. Und dann hoffe ich, dass wir uns auch beim nächsten Mal wiedersehen zur nächsten KI-Märchenstunde. Macht's gut! Wir sehen uns beim nächsten Mal.